Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Franken live heute wieder mal live im Frankens Burgersgarten in Schwabach. Neben mir Peter Wackel kurz vor der Abreise nach... Lauingen, das ist bei Dillingen, Günzburg, der geht da unten zum Hexentanz, zur Laudonia. Und es ist kein Eskimo-Kostüm, sondern ich bin so durchgeschwitzt von dem Auftritt gerade, deswegen schnell war er am Einpacken, gleich ins Auto und gleich am Nächsten. Ja, der scharfe Torero, der wollte leider nicht vor die Kamera. Olé, olé. Aber immerhin, ich habe einen Eskimo heute vor der Kamera. Liebe Franken, ich wünsche euch alle einen ganz, ganz schönen Fasching. Es ist ein Traum. Ihr hört jetzt, ich bin schon heiß, aber mir geht es ja zwischen Fasching, Fasnacht, Karneval immerhin her, ab nächster Woche geht es nach Köln. Jetzt noch in Frankens und deswegen, liebe Faschings, Prinzen in Franken, Prinzessinnen, ein dreifaches Burgersgarten, hello! Franken live, hello! Was musst du sagen? Peter Wackel? Und Peter Wackel? Hello! Tschüss zusammen. Tschüss, du machst es gut, danke. Tschüss. 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 Dumera.